Devo, ich bin einmal mit diesem Bijol gegangen, das ist geil. Slowene 1,90, kann IV. Eigentlich ganz geile Stats dann, weiter Pass hat er, Areal. Und bei der zweiten bin ich mit Ito gegangen. Ja, geile VfB-Karte, ne? Safe. Kann IV, Linksfuß, 4-week futtern. Das ist der Zinn krass, ohne Spaß. Das ist der Zinn echt krass. Das wird so eine geile Karte, glaube ich. Als 78er, nochmal ein paar Evos, ja, crazy.